Guten Abend bei mir im Zentrum. Eine Katastrophe von historischem Ausmaß. Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind nicht fassbar. Die zwei großen Beben sowie mehr als 2000 Nachbeben hätten einer Stärke von 130 Atombomben entsprochen, hat ein türkischer Geologe errechnet, die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert ihn. Es ist eine Großregion, die ohnehin permanentes Krisengebiet ist. Armut, Krieg, Terror, Dürre, Flüchtlingsbewegungen. Eine Vertreterin der WHO sagte, dieses Erdbeben ist die Krise on top auf all den Krisen der Region. Ein Foto, das um die Welt geht und die Verzweiflung verdeutlicht, ist jenes von Adam Allen für die Nachrichtenagentur Agence France Press. Ein Mann sitzt in den Trümmern der türkischen Stadt Karaman Marasch, erhält die Hand seiner 15 Jahre alten Tochter Irmak. Das Mädchen ist eines von zehntausenden Todesopfern. Die Menschen haben noch nicht begriffen, was passiert ist und auch unsere Redaktion hat sich ob der Tragödie überlegt, ob wir heute das Krisenmanagement, aber auch die politische Verantwortung und ihre Folgen diskutieren sollen. Ein Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben, war Merchan Falter. Sie schrieb auf Twitter, wir müssen reden über die Verantwortung für unser Leid. Vielen Dank, dass Sie in diesen schwersten Stunden zu uns gekommen sind. Tausende Familien wurden auseinandergerissen. Auch Ihre. Können Sie uns schildern, was passiert ist und wo? Ja, also wir haben sechs Verwandte verloren, mein Onkel, meine Tante, mein Cousin, seine Frau, ihr neun Monate altes Baby und der Mann meiner Cousine in Hatay in Iskenderun. Fünf von ihnen sind in einem komplett neuem Hochhaus, das ist erst ein Jahr alt, sie sind im November eingezogen, sind sie dort gestorben. Das Hochhaus ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen und der Mann meiner Cousine hat es im Gegensatz zu seiner Familie nicht unter den Tisch geschafft und ist auch sofort gestorben. Das Haus hatte 16 Stockwerke, das erste Hochhaus, das erst ein Jahr alt war. Was erzählen Ihnen Ihre überlebenden Verwandten? Ja, also Sie haben mir erstmal natürlich von dem Erdbeben selber erzählt. Mein Vater ist vor Ort, er hat gemeint, er hat wirklich fünf Minuten nach dem Erdbeben sofort meine Tante angerufen, weil er sich schon dachte, dieses Haus wird nicht stehen. So stark war es, sie sind kaum rausgekommen, weil es sie wirklich hin und her geworfen hat. Die Kinder meiner Tante, meines Onkels, die sind aus Istanbul gleich in der Früh dann losgefahren und sind dann Dienstag in der Nacht angekommen, wirklich von Istanbul nach Hatay, nach Iskenderun, das sind 1000 Kilometer, durch Schneechaos und sind vor jeglicher Hilfe angekommen. Mein Cousine hat uns ein Video geschickt von den Trümmern, es schaut aus wie ein Sandhaufen, also da erkennt man kein Haus mehr, Verzeihung. Und sie sind angekommen und haben gesagt, da ist niemand, da ist keine Hilfe. Und es hat auch irgendwie Nachrichten gegeben offenbar von Menschen, die unter den Trümmern sind. Da hat es auch einen eigenen Hashtag quasi gegeben. Wie haben hier Menschen eben auch privat versucht zu helfen? Ja, also wir haben dann aus purer Verzweiflung, habe ich dann eben auch angefangen, was mache ich in Österreich sonst, haben wir halt angefangen, auf Social Media zu teilen, die Adresse zu teilen, wie viele, 1000 andere Familien auch. Und wie eben erwähnt, selbst Menschen, die selber unter den Trümmern waren, haben geschrieben, ich liege unter den Trümmern, das und das ist die Adresse, niemand ist da, niemand hilft. Man geht irgendwie davon aus, okay, da kommt jetzt gleich Hilfe und dann 30 Stunden später ist einfach immer noch niemand da. Das war einfach unglaublich, als wir gesehen haben, okay, Hatay wird gerade ignoriert. Alevitische, kurdische, arabische Regionen bekommen keine Hilfe. Wir haben gesehen, am Dienstag war in Adena und Osmanye, war Hilfe vor Ort. Das ist nur eine Stunde entfernt. Iskenderun ist eine Hafenstadt, kann man übers Meer erreichen. Also wir haben einfach nicht verstanden, wieso keine Hilfe kommt. Das war auch der Grund, warum Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind. Jetzt gibt es auch Vorwürfe von beiden Seiten, was die politischen Seiten betrifft. Man würde hier Politik auf dem Rücken der Opfer machen. Das ärgert Sie, warum? Naja, also erstens mal sind die Opfer meine Verwandte in diesem Fall. Da entscheide ich, woraus ich ein Politikum mache. Aber wir müssen einfach darüber reden, wenn neue Bauten, vor allem nach 1999, einfach wie Kartenhäuser zusammenfallen. Wenn öffentliche Krankenhäuser wie in Iskenderun zusammenstürzen, neu gebaute Flughäfen nicht mehr verwendbar sind. Was ist da passiert? Was ist seit 1999 passiert, dass Hatay und die gesamte Region dort ein Erdbebengebiet ist? Das ist nichts Neues. Und wenn man jetzt sich anschaut, dass 6000 Gebäude eingestürzt sind, 51 Prozent aller Gebäude nach 1999 gerichtet worden sind. Was ist da passiert? Was ist da nicht passiert, besser gesagt? Vor allem, es ist dann damit ein Politikum. Ganz genau. Mert Schonfalter, vielen Dank, dass Sie am Anfang unserer Sendung uns das alles erzählt haben. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke für die Einladung. Massenweise nicht erdbebensichere Häuser und Neubauten und das Gefühl, man hätte diese Menschen noch retten können, wäre bloß schnell Hilfe gekommen, raubt derzeit Millionen Türkinnen und Türken den Schlaf. Vermitt man sich eine Vorstellung, ob der Größe des Erdbebengebietes machen kann, sehen Sie hier die Größe Österreichs im Vergleich zu den Hauptbeben in der Türkei betroffenen Gebieten. Die Erdstöße waren so stark, dass die Menschen sie noch in Kairo beruht und am Mann spürten. Ich darf nun meine Gäste begrüßen. Ursula Plasnik, ehemalige Außenministerin, ÖVP. Berivan Aslan, Landtagsabgeordnete Wien, die Grünen. Cengiz Güney, Direktor des Österreichischen Instituts für Internationale Politik. Und Petra Ramsauer, Journalistin und Nahost-Expertin. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass wir auch den türkischen Botschafter Ozan Cehun und den Vorsitzenden von ATIP der türkisch-islamischen Union in Österreich, Fatih Hilmas, eingeladen haben. Sie haben unsere Einladung nicht angenommen. Auf OFON können Sie online auf debatte.of.at im Zentrum debattieren. Ihnen allen einen guten Abend. Ja, Frau Plasnik, wir haben gehört, die eindrücklichen Schilderungen von Frau Falter jetzt zu Beginn. Das Bundesheer aus Österreich ist genau in jener Provinz und hat dort auch neun Menschen lebend bergen können. Gestern war das Sicherheitsrisiko zu hoch, dann wurde es kurz unterbrochen. Sie haben dann wieder weitermachen können, weil sie die türkische Armee nun beschützt. Stichwort türkische Armee und Krisenschutz. Ist das, also drückt der Schein, dass die türkische Armee eigentlich nicht vorhanden war, vor allem in den ersten Tagen? Was sagen Sie? Ich habe das Ganze, wie wir alle im Fernsehen verfolgt, allerdings in verschiedenen Kanälen von verschiedenen Medien. Und was mir vom Krisenmanagement her aufgefallen ist, das Erste, was man in so einer schrecklichen Situation, in so einer Tragödie tut, ist, man schickt die Armee los. Das erste Mal, dass ich Bilder gesehen habe von türkischen Armeeangehörigen war, beim Schutz der Österreichischen, des österreichischen Bundesheeres. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich sehr seltsam. Ich habe dann mit dem österreichischen Botschafter in Ankara auch telefoniert und diese Frage besprochen. Es scheint so zu sein, dass das Katastrophenmanagement, das Krisenmanagement an eine zivile Zivilschutzorganisation übertragen wurde. Und dass der Präsident offenbar auch nicht wünscht, dass die Armee in diesem Sinn in Erscheinung tritt, in dieser Phase. Das ist schwer nachzuvollziehen, denn nur die Armee hat in so einem Fall einer plötzlichen Naturkatastrophe eigentlich die Mittel, die technischen Mittel, um rasch zu helfen. Natürlich kommt dazu, und wir haben es alle im Bewusstsein, wie groß das Gebiet ist, wie schwierig der Zugang war. Aber die türkische Armee ist die zweitgrößte Armee der NATO. Sie kann jederzeit überall eingreifen. Sie kann mit Flugzeugen, mit Hubschraubern operieren. Sie hat ein schweres Gerät. Also das wäre mir aufgefallen. Herr Günay, dass eben das Militär nicht eingesetzt wird für so eine Rettungsaktion, hat Sie dann offenbar auch nicht überrascht? Es hat mich schon überrascht. Aber ich muss sagen, das ist natürlich ein Beben unglaublichen Ausmaßes. Und ich glaube, dass es da am Krisenmanagement überhaupt allgemein schwierig ist, dem etwas entgegenzustellen, weil es an so vielen Orten so große Zerstörungen gibt. Aber wie Frau Plasnik schon gesagt hat, die Armee ist sehr groß in der Türkei. Und man hätte sehr viele Rekruten einsetzen können bei der so wahnsinnig wichtigen Erstbergung am Anfang schon. In manche Gebiete ist die Hilfe erst nach vier, fünf Tagen angekommen. Und vorhin ist Hatay erwähnt worden, das ist besonders isoliert, geografisch auch. Dort hätte man zum Beispiel die Marine hinschicken können, wenn der Landweg unterbrochen ist. Also da sieht man sozusagen die Problematiken, die sich durch die Autokratisierung in der Türkei ergeben haben. Der Übergang zum Präsidialsystem, dieser Putschversuch 2016, die Angst, dass da die Armee zu senden vor der Grund treten könnte. Und sozusagen eine Konkurrenz darstellen könnte, auch bei der Popularität. Ich glaube, das spielt alles mit eine Rolle und das ist eines der Hauptprobleme. Also die Verantwortung trägt hier schon Erdogan als oberster Krisenmanager. Ich glaube, er hat sich vor allem als oberster Wirtschaftsmanager, oberster Baumanager, oberster Krisenmanager so oft dargestellt, dass jetzt die Leute natürlich sich zu ihm drehen und sagen, wo ist er, was passiert. Also wenn man so alles an sich reißt und so personalisiert und so eine starke Hierarchie schafft im System, dann ist man am Schluss auch für alles am Schluss verantwortlich. Nicht nur für die Erfolge, die er gerne für sich verbucht, sondern eben auch für die Misserfolge. Frau Ramsauer, ein Teil, wir haben gerade gehört, in manchen Gebieten ist erst nach vier, fünf Tagen Hilfe gekommen. In Syrien, es wird oft zu wenig dazu gesagt, dass es ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist. Dort wartet man noch immer in vielen Teilen auf Hilfe und wirklich sehr, sehr spät angekommen. Sie haben in der Neuen Zürcher Zeitung dieses Wochenende eben auch kritisiert, dass eben in den syrischen Krisenregionen die Rettung nur von Weißhelmen und lokalen Hilfswerken kommt. Man muss ja dazu sagen, dort kann der Staat ja gar nicht versagen, weil es gar keinen Staat gibt. Wie schaut es derzeit dort aus? Es ist eine Katastrophe in der Katastrophe. Also es sind mittlerweile 22 Hilfs-LKW angekommen in einer Region mit 4,5 Millionen Menschen. Also wir sprechen da vom Nordwesten Syriens. Ein Gebiet, das nach wie vor von der Opposition gehalten wird. Von einer islamistischen Quasi-Regierung, die sich jetzt entlarvt hat. Das ist völlig handlungsunfähig. Die existiert nur auf dem Papier. Was ganz stark kritisiert wurde, waren die Vereinten Nationen. Denn es gab Grenzübergänge. Es hätte die Möglichkeit gegeben, Rettung und Hilfe zu bringen. Viele, viele Menschen sind dort verschüttet geblieben, ohne dass irgendwelche ausländischen Helfer gekommen sind. Sie haben die Weißhelme erwähnt. Das ist ein Trupp von 3.000 Männer und Frauen, ausgerüstet auch vom Ausland. Die sind spezialisiert auf einzelne Häuser, wenn ein Bombenangriff kommt, weil es eben keinen Staat gibt. Aber die waren natürlich heillos überfordert. Bis Freitag waren lediglich 5 Prozent aller Häuser, die verschüttet wurden, und untersucht, ob es da noch Lebende gibt. Also das ist eine ganz tragische Lektion, die uns jetzt vor Augen führt, wie wichtig eigentlich es gewesen wäre, sich um Syrien in den vergangenen Jahren zu kümmern. Das ist eine unglaublich schlimme Erinnerung daran, dass dieses Land nach wie vor politisch in Trümmern liegt. Und Hilfe sehr, sehr schwierig ist jetzt. Der Notfallkoordinator der UNO hat heute auch zugegeben, dass hier Fehler gemacht wurden. Aber warum ist das der UNO passiert? Nun, die UNO, es ist ein sehr kompliziertes Konstrukt, das es gibt, um Hilfe in diese Region zu bringen. Also wir reden hier von 4,5 Millionen Menschen, die sind schon seit Jahren zu 90 Prozent auf Nothilfe angewiesen. Und da gibt es nur ein Nadelöhr. Das ist der Grenzübergang Bab al-Haba, der sehr zerstört wurde in diesem Erdbeben. Und es gibt eine Regelung des UN-Sicherheitsrates, die wird alle sechs Monate erneuert, dass nur über diesen Grenzübergang ohne dem Platzet Damaskus Hilfe kommen kann. Die UNO hat sich daran gehalten, was internationale Juristen jetzt sagen und auch die Bevölkerung. Und schlussendlich hat es auch der UN-Notliefekoordinator zugegeben, man hätte andere in dieser Notsituation, laut der Charter der Vereinten Nationen, andere Grenzübergänge verwendet können. Es gab in den vergangenen Jahren viel Vorwürfe von Korruption, von einer eher, ich sage einmal, schwierigen Zusammenarbeit mit dem Regime in Damaskus und den Vereinten Nationen, wo es immer wieder Vorwürfe gab, dass viele Teile Syriens da eben nicht zu Hilfe kommen. Das hat sich jetzt auch gezeigt bei dieser Katastrophe, wie gefährlich das eigentlich ist. Frau Aslan, der Vorwurf der Opposition in der Türkei erlaubt, dass die Regierung von Erdogan in Ankara absichtlich die Regionen vernachlässigt hätte, in der viele Aleviten leben. Warum wäre nicht jedes Land mit so einem Erdbeben von so epischem Ausmaß überfordert? Selbstverständlich. Also ich glaube, die humanitäre Krise ist einfach so enorm, dass eigentlich jedes Land mit dieser Herausforderung einfach andersherum gegangen wäre oder einfach nicht gewusst hätte, wo anfangen. Weil zeitgleich hat es das Erdbeben in vielen verschiedenen Regionen gegeben. Aber wenn wir uns die Kritik der Opposition anschauen, dann kann man ihnen schon teilweise Recht geben, weil es wurde ja nach dem Erdbeben in Göltschück, das war 1999, damals gab es auch Wahlkampf und das Wahlkampfthema war ja, wie können wir präventiv sozusagen vorgehen, wie können wir erdbebensichere Baupolitik machen etc. Und damals war ja der Erdogan, der gesagt hat, wir bringen was Neues und wir bringen Präventivpolitik und wir werden dafür sorgen, dass wir durch gesetzliche Bestimmungen und auch Präventivmaßnahmen die Türkei erdbebensicher machen. Und der gleiche Erdogan stellt sich nach 20 Jahren hin und sagt dann, das ist Schicksal. Und was macht er? Er probiert gleich am zweiten Tag, probiert er gleich eine Zensur zu bringen, indem er Twitter einschränkt, indem er noch über zehn verschiedene Provinzen sozusagen den Ausnahmezustand verhängt, nicht mal Notstand, also nicht mal den Naturkatastrophen-Notstand, das heißt bis zur Wahl, also im Mai sind die in der Türkei Wahlen, bis eine Woche vor der Wahl. Das ist demokratiepolitisch fatal, weil das bedeutet dann volle Staatskontrolle über die Proteste, die die Regierung betreffen würden oder Kundgebungen, Kundgebungen, die regierungskritisch sozusagen stattfinden. Und deswegen ist es einfach verständlich, dass jetzt auch die Oppositionspolitiker aufstehen und dann sagen, naja, was ist jetzt mit der Erdbebensteuer, die sie nach 1999 eingeführt haben? Und die Erdbebensteuer ist im Moment jetzt zweckentfremdet worden. Was ist jetzt mit diesen 86 Milliarden Dollar, die eigentlich für Präventivmaßnahmen genutzt werden sollte? Wenn wir eben zu diesen Ursachen kommen, wir haben den Bausachverständigen TU-Professor heuer in der ZIB2 auch gehört. Und man muss ja sagen, Erdogan ist ja aufgestanden nach 1999, nach dieser Erdbebenkatastrophe in der Nähe von Istanbul, wo knapp mehr als 17.000 Tote waren. Und vier Jahre später war er dann eben Premierminister und dann eben später Präsident. Und er hat versprochen und so den Wahlkampf auch gewonnen. Eben diese Erdbebensteuer, die sie angesprochen haben, etc. Also es wiederholt sich die Geschichte unter Umständen nur mit umgekehrten Vorzeichen. Eine Tageszeitung in Deutschland hat heute getitelt Schicksal oder Schuld, weil eben viele Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Expertinnen, Experten eben diese Baupolitik, die haben Sie jetzt auch vorher schon angesprochen, verantwortlich machen. Und Präsident Erdogan hält jetzt dagegen. Aber es scheint schon was dran zu sein. Also leider ist diese, es gab ein Riesen und gibt zum Teil noch ein Riesenprogramm, das Städte, Großstädte, vor allem wie Istanbul, Erdbeben sicher machen soll. Allerdings ist das Problem, dass das total der Marktwirtschaft ausgeliefert wurde. Es geht nur darum, sozusagen dort zu renovieren und neu zu bauen, wo es Profit auch gibt. Das sind große Bauunternehmen, die ganze Wohngegenden niederreißen, neu aufbauen. Es sind zum Teil Stadtteile gar nicht mehr wiederzuerkennen, weil in einer unheimlich schnellen Zeit da auch in die Höhe gebaut wurde, was wahrscheinlich in so einem Erdbebengebiet noch mal anders problematisch ist. Oft wurde offenbar auch drauf gebaut, dann auf legalen Bauten dann andere drauf. Ja, aber vor allem, es sind sehr schicke, sehr tolle Hochhäuser auch gebaut worden, gerade in Istanbul und leider vor allem in den Gebieten, die lukrativ sich erwiesen haben. Also in den ärmeren Nachbarschaften oder Gegenden ist weniger darin investiert worden. Und man sieht jetzt sozusagen, was dieses Erdbeben, das wirklich eine große Tragödie ist, auch eine menschliche Tragödie. Aber es wirft auch auf die ganzen Probleme, die die Türkei schon seit Jahrzehnten hat und jetzt vor allem auch in den letzten 20 Jahren unter dieser Regierung sich zum Teil noch mehr verschlimmert haben. Eine Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft, wo also Bauherren da durchgewunken wurden. Ich habe heute gelesen, dass es... Also vielleicht können Sie auch kurz erklären, es gibt ja eben dieses Gesetz für die Amnestie, also für den sogenannten Baufrieden. Das letzte Mal vor fünf Jahren, können Sie uns kurz erläutern, was das bedeutet? Ja, also es gibt sehr viele Gebäude, die offensichtlich problematisch gebaut sind und vor Wahlkämpfen, und das ist jetzt gerade wieder Wahlkampf, es war auch diskutiert, dass das diesmal wieder passieren soll, gibt es so eine Amnestie, dass einfach diese Gebäude, die zum Teil fehlerhaft gebaut sind oder eben nicht erdbebensicher wären, sozusagen ein Auge zugedrückt wird und die legalisiert werden. Und das erweist sich jetzt als ein Riesenproblem. Es sind Tausende, aber Tausende Gebäude, die mehr oder weniger sozusagen, wo der Staat wusste, dass es da Probleme gibt, aber offensichtlich eben ein Auge von den Behörden zugedrückt wird, weil es Wählerstimmen gebracht hat. Ja, und das war oder ist natürlich leichter, Frau Plasnik, wenn es zu einer Präsidialstruktur oder wenn das eben umgebaut wird, wie es eben Erdogan gemacht hat in den vergangenen 20 Jahren. Das ist genau eines der Themen, dass hier ein Umbau eigentlich des demokratischen Systems erfolgt ist. Die kommenden Wahlen werden ja eine Art Stresstest für die Demokratie in der Türkei, für den Weg der Türkei sein. Aber wir haben das in den letzten Jahren verfolgen können, wie Stück für Stück Erdogan immer mehr Bereiche des Staates, des Regierens an sich gezogen hat. Und jetzt ist der Moment der Enthüllung. Jede Krise ist ein Moment der Enthüllung. Da wird plötzlich klar, welche Strukturen entstanden sind, welche Fehler, welche Verantwortungen auch. Er ist jetzt verantwortlich. Und das sollten sich die autokratischen Führer oder diejenigen, die liebäugeln mit der Autokratie vor Augen halten. Indem sie alles an sich ziehen, sind sie auch für alles letzten Endes verantwortlich. Das ist in der Wirtschaft so. Das ist bei der Währungspolitik so. Das ist aber natürlich jetzt auch im Krisenmanagement so. Und das rächt sich in Wirklichkeit. Und dafür wird er auch zur Verantwortung gezogen werden in diesen kommenden Wahlen. Jetzt, Frau Ramsauer, sind, haben wir heute auch gehört, schon über 100 Bauunternehmer oder Menschen, die eben mit diesen zusammengestürzten Gebäuden zu tun haben, verhaftet worden oder sind im Begriff verhaftet zu werden. Könnte das funktionieren, wenn Erdogan eben sagt, hier greift er durch, das sind die Schuldigen und dann werden das alle so verstehen? Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil es ja eine Verquickung gibt, wie Cengiz ja auch ausgeführt hat. Es ist ja nicht so einfach zu trennen. Ich war 99 bei dem großen Erdbeben nahe Istanbul. Und ich erinnere mich, als diese Erdbebensteuer all diese Debatten begonnen haben, wo es mit sehr viel Elan in diesem Schock dann eigentlich für alle klar war, das wird nie wieder passieren. Ich erinnere mich daran, Zementteile gesehen zu haben, wo man die Muscheln gesehen hat. Also sehr offensichtlich verheerende Baufehler, indem man Sand vom Meer genommen hat. Und das war damals ein Riesenschock, der durch das ganze Land gegangen ist. Und mit diesem Schock eben auch die Überzeugung, das wird sich jetzt ändern, das wird besser. Und ich glaube einfach, dass hier das System viel grundlegender verändert werden muss, als durch solche Schritte. Also ich glaube, ich sehe das für die Türkei, genauso wie wir zuerst von Syrien gesprochen haben, ein bisschen diese abgenutzte Formulierung von der Krise als Chance. Aber angesichts dieser Tragödie ist es etwas Zynisch, das zu sagen. Aber ich denke, in beiden Ländern wird uns jetzt vor Augen geführt, wie dringend fundamentale Veränderungen sind. Wie fest sitzt denn Erdogan im Sattel, Frau Aslam? Es ist sehr früh, noch darüber irgendein Urteil zu fällen. Aber ich glaube, auf jeden Fall, er wird sich bis zur Wahl als Krisenmanager inszenieren. Die Frage ist, wenn er das schafft, wird die Wahl wahrscheinlich stattfinden. Wenn er das nicht schafft, wird er wahrscheinlich die Wahl dann verschieben, dass er zumindest noch ein bisschen Zeit bekommt. Fakt ist, dass natürlich sehr viele Menschen einfach wütend sind, weil sie sich das nicht erklären können. Es ist einfach so viel Schmerz, so viel Leid. Das Ausmaß der Tragödie ist einfach so enorm, so immens. Weil die Menschen denken sich bei jeder kleinen Protestbewegung gegen die Umweltpolitik oder gegen die Menschenrechtspolitik sind auf einmal 100, 200 Soldaten da. Und wenn eine Gebäude einstürze, ist niemand da. Das kann sich kein Mensch erklären. Also es ist einfach ein Wut, der Menschen da, die nicht wissen, wohin mit diesem Wut und wie tun mit dieser Wut. Der Bürgermeister von Hatay hat ja vor ein paar Tagen hatte ja auch immer wieder versucht zu erklären, dass er vor dem Erdbeben eigentlich immer wieder um Unterstützung gebeten hat, die Regierung, für das Katastrophenschutz. Und daraufhin gab es dann von Erdogan eine Presseerklärung, wo er gesagt hat, das stimmt eigentlich gar nicht so, dass wir niemandem geholfen haben, sondern wir werden ein Buch quasi führen, wo wir dann genau drauf schauen werden, wer uns kritisiert und wer nicht. Also auch diese Haltung merken die Menschen. Und natürlich, die Gebiete, die jetzt betroffen sind, die sind von Armut betroffen. Das sind Gebiete, die mehrheitlich von Kurden und auch von Aleviten besiedelt worden sind. Also sprich, die türkische Regierung hat diese Gebiete einfach historisch bedingt immer schon strukturell benachteiligt. Und es ist kein Wunder, dass sich die Menschen dann hinstellen und sagen, ich bin deswegen nicht gerettet worden, weil meine ethnische Herkunft oder meine religioso Herkunft nicht in diese Staatsdoktrin hineinpasst. Und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwierig sein. Es ist eine Frage, wie sich das Ganze in den kommenden Wochen abspielt. Frau Plasnik, Sie waren ja nicht nur Außenministerin von 2004 bis 2008, sondern eben Diplomaten. Sie waren in der Botschaft in der Schweiz, Sie waren in Frankreich, in Paris. Und große Krisen wie die jetzige sind auch oft eine Gelegenheit für diplomatisches Tauwetter. Das zeigen uns verschiedene Konflikte und jetzt vor allem Hilfen. Also aus 68 Ländern sind die ganzen Hilfen, die ganzen Helfer und Helferinnen, die Unmenschliches leisten. Und auch damals, 1999, hat man von der sogenannten Erdbebendiplomatie gesprochen. Da ist es gegangen um Griechenland und Türkei. Zehn Jahre hat das dann ungefähr gehalten. Bitte, Sie sind die Expertin, korrigieren Sie mich, wenn ich irgendetwas Falsches sage. Und dann waren dann wieder die Spannungen da. Jetzt haben wir heute genau in der ZIB 2 auch gesehen. Heute ist der erste EU-Außenminister aus Griechenland in die Türkei, hat den türkischen Außenminister Kollegen umarmt. Also es ist schon, und es gibt auch zwischen Armenien und der Türkei, auch aus Armenien ist Hilfe gekommen. Also könnte hier eben an Sie jetzt als Expertin der Außenpolitik auch etwas Positives, was es natürlich in der Form nicht gibt, aber dieses Tauwetter zumindest mit Krisen im benachbarten Ausland, könnte es da zu Tauwetter kommen? Wir sprechen jetzt von der Türkei und nicht von Syrien. Für die Türkei stimmt das, denn das haben wir heute gesehen in den Fernsehbildern. Die Griechen waren da sehr schnell, die haben hier die Hand ausgestreckt und sie wurde auch von türkischer Seite angenommen. Israel, eine Reihe von anderen Ländern haben Hilfstrupps geschickt und ich weiß nicht, wie viele es insgesamt waren, aber ich glaube weit über 100. Also hier kommt Menschlichkeit, kommt humanitäre Unterstützung, aber auch eine ausgestreckte politische Hand zum Ausdruck. Hoffen wir, dass die türkische Regierung das auch so aufnimmt und daraus eine konstruktivere Politik macht. Denn in den letzten Jahren war es nicht immer leicht, die türkische Außenpolitik zu entziffern. Denn sie war eine Art Schaukelpolitik nach allen Seiten hin. Es hat eine Zeit lang geheißen, kein Problem mit den Nachbarn, zero problems with the neighbors. Und inzwischen ist daraus eigentlich eine Politik geworden, wo fast mit jedem oder eigentlich mit jedem Nachbarn größere Probleme bestehen. Gerade mit Griechenland. Niemand hat so richtig verstanden, warum im Herbst diese eigentlich täglichen Kriegsdrohungen und Gewaltdrohungen von türkischer Seite gekommen sind. Also es wäre gut, wenn zum 100-jährigen Jubiläum der Republik in diesem Jahr auch mit Griechenland wieder ein besseres Verhältnis hergestellt werden könnte. Das hat ja auch persönlich gedroht mit Krieg eben in Griechenland, Erdogan im Herbst. Sie hat angesprochen, es betrifft die Türkei politisches oder diplomatisches Tauwetter in Syrien, orten Sie wahrscheinlich nicht. Nun, das Regime Bashar al-Assad hat eigentlich sehr rasch versucht, aus diesem Erdbeben politisches Kalkül zu schlagen. Eine der ersten Forderungen war eine Aufhebung der Sanktionen. Die richten sich ja eigentlich gegen das Regime und die Umstehenden und haben relativ wenig jetzt mit Nothilfen zu tun. Trotzdem gab es die Reaktion, es sind spezifisch auf Hilfe gemünzte Sanktionen jetzt ausgesetzt worden. Man achtet darauf, dass es hier zu keinen Einschränkungen kommt. Zweiter Schritt war, Bashar al-Assad hat eben verlangt, ich habe es zuerst erzählt, da gibt es eben diese Sonderregelung für Hilfe, das aufzulösen, dass quasi die Souveränität wieder hergestellt wird. Also das hat aber wenig genutzt. Er ist da relativ rasch auf eine kalte Schulter getroffen. Und ich denke, ähnlich wie es jetzt Erdogan, der ja alles an sich reißt, ist auch Assad jetzt mehr denn je gefordert, zu zeigen, dass er dieses Land unter Kontrolle hat. Es gab ja auch massive Erdbebenschäden in den Regionen, die er kontrolliert, zum Beispiel in der Stadt Aleppo. Da gab es bereits Anfang Jänner einen Einsturz seines mehrstöckigen Wohnhauses, weil da keine Hilfe herfließt, weil vom Krieg zerstörte Gebäude nach wie vor so belassen werden, wie sie sind. Also ich denke, dieser Versuch, eine Fassade zu wahren, dass Bashar al-Assad und das Regime Syrien kontrollieren kann. Und nicht nur politisch und militärisch, sondern auch als Verwalter. Ich glaube, auch das zerbröselt momentan. Und ich denke, das eröffnet sehr wohl die Türen, dass man hier auch nach neuen Akteuren sucht, die diese Syrien tragen können. Die Weißhelme, andere NGOs angesprochen. Ich persönlich finde es extrem faszinierend, wie stark die syrische Zivilgesellschaft auch in den Gebieten ist, wo es eigentlich keinen Staat gibt. Und die hat hier ein ganz starkes Lebenszeichen von sich gegeben, was ich auch sehr spannend gefunden habe. Samantha Bauer, immerhin ehemalige Gwen-Botschafterin der USA und jetzt Chefin von USAID, eine der wichtigsten Figuren jetzt in der humanitären Hilfe der USA, hat direkt Kontakt mit den Weißhelmen aufgenommen. Hier gibt es jetzt direkt das Geld der US-Regierung an diese Gruppen. Dato Großbritannien, die ja auch beteiligt waren bei manchen NGOs und auch Frankreich. Also hier über Hilfe wird natürlich auch Macht übertragen. Und hier gibt es plötzlich eine Stärkung jener Zivilgesellschaft, die eigentlich, auf die viele gehofft haben, die Syrien tragen kann. Herr Gühner, gestern eben diese Unruhen, die es gegeben hat, aufgrund dessen dann eben auch die Suche vom österreichischen Bundesheer unterbrochen wurde. Hier gibt es schon, Erdogan hat ja innenpolitisch ein Problem mit den syrischen Flüchtlingen. Und er will natürlich also die Schuld auch für diese Unruhen an die syrischen Flüchtlinge weitergeben. Das ist schon etwas, wo man jetzt wahrscheinlich, wie schätzen Sie das ein, wie er da jetzt weiter vorgehen wird? Also was genau... Aber innenpolitisch ist er da unter Druck natürlich. Er ist überhaupt innenpolitisch unter Druck, weil die Wirtschaft sehr schlecht läuft schon seit Längerem. Und in Umfragen... 60 Prozent Inflation, man sagt in Wahrheit mehr. Offiziell, es sind fast 180 Prozent. Also es ist eine rasante Inflation. Die Leute sehen, die Preise vor sich galoppieren. Und er merkt das natürlich, dass ihm die Fälle davonschwimmen. Es ist in Umfragen schon seit mehr als einem Jahr die Opposition immer voran, obwohl sie noch gar keinen Kandidaten oder Kandidatin aufgestellt hat als Gegenfigur, gegen Erdogan. Also er hat Probleme. Und die Flüchtlingsfrage spielt unter so einer wirtschaftlichen... in Zeiten einer wirtschaftlichen Krise natürlich noch eine zusätzliche Rolle. Es sind ja mehrere Millionen Flüchtlinge, die sich in der Türkei befinden. All das verschlimmert sich jetzt, würde ich sagen, durch diese Erdbebenkatastrophe. Aber ich glaube, es ist noch zu früh, das alles abschätzen zu können. Es ist wie eine schwarze Wolke, die auf dieses Land sich drüber gestülpt hat. Und ich glaube, so langsam lichtet sich das erst, wenn auch die Rettungsarbeiten eingestellt sind. Und das wirkliche Ausmaß ist ja auch noch gar nicht klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, wenn man diese Bilder sieht, bei diesen 23.000 in der Türkei bleibt, ich glaube, das geht noch viel höher hinaus. Die UNO schätzt, das hat heute herausgegeben, es sind 35.000 jetzt offiziell, aber die UNO schätzt auf 50.000 oder höher. Also das kann noch viel, viel mehr werden. Das ist erwartbar. Und es ist schon angesprochen worden, es mischt sich in diese Trauer und Hilflosigkeit immer mehr die Wut. Und weil vorhin die Zivilgesellschaft angesprochen wurde, die Regierung in der Türkei hat versucht, Affat aufzubauen, das ist dieser Katastrophenschutz, und alles zentral über den laufen zu lassen. Und hat versucht, wegzudrängen andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die auch eine längere Geschichte haben, wie Akut zum Beispiel. Und das hat jetzt den Effekt, dass viele Affat misstrauen und ein Spendenrekord zu beobachten ist von einer Organisation, die erst vor relativ kurzer Zeit von einem sehr populären Sänger in der Türkei gegründet wurde, Achbab. Da fließen jetzt Millionen an Spenden dorthin, weil die Leute dem Staat beziehungsweise jenen Organisationen, oder sagen wir viele Leute dem Staat und jenen Organisationen, die der Regierung nahestehen, eben nicht trauen. Aber hier versucht Erdogan offenbar auch über die Kontrolle der Medien eben gegen den Sänger auch einiges an Lügen zu verbreiten, was man so mitbekommt. Ja, es ist Message Control. In der Türkei sind 80 Prozent oder fast 90 Prozent der Medien mehr oder weniger gleichgeschaltet. Man sieht auch immer wieder so Bilder, wo Reporter sozusagen gestört werden oder unter Anführungszeichen, wo also Leute, Verwandte, das Mikrofon weggezogen wird. Genau, wegzogen und wegziehen und sich also äußern wollen und ihre Kritik äußern wollen. Es ist der Versuch, jegliche Kritik zu unterdrücken. Kritik ist sofort als Gefahr wahrgenommen. Und das macht das, also ich glaube, dass dieser Druck nicht lange auszuhalten ist. Man sieht eben, es gibt gleichzeitig Wut. Die Leute wollen ihre Wut loswerden. Und diese Kritik äußert sich immer mehr über soziale Medien und über ein paar wenige oppositionelle Medien, die es gibt. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das. Also ich kann das Ganze, das Ganze kann ich wirklich unterstreichen, weil ich denke, viele Menschen merken einfach, dass es der türkischen Regierung, vor allem der Erdogan-Regierung im Moment darum geht, Wahlen zu retten und weniger Menschen zu retten. Vor allem, wenn es um Naturkatastrophen geht. Ich habe mich gerade an den, an die ganzen Brandfälle vor zwei Jahren jetzt erinnert. Weil damals gab es ja die Kritik, dass die türkische Regierung auf einmal keine Flugzeuge oder keine Helikopters hatte, die quasi diese Brände, diese Waldbrände löschen können. Ich meine, die Türkei ist ja das zweit, hat ja das zweitgrößte NATO-Armee. Und wie gesagt, bei jeder kleinen Protestbewegung gibt es sofort hunderte von Soldaten, Soldatinnen vor Ort. Und langsam sehen das die Menschen. Also Kritik gab es auch vor dem Erdbeben in Bezug auf, was die Wirtschaftssituation betrifft, was natürlich auch die ganzen Menschenrechtsverletzungen betrifft. Die Opposition wurde ja komplett dann ausgeschaltet. Und gleichzeitig gibt es auch die Kritik, dass zeitgleich, wo die humanitäre Katastrophe noch im Gange ist, dass noch Luftangriffe auf Nordsyrien dann passieren. Also dass dort auch Menschen nochmal von dieser ganzen Infrastruktur betroffen sind. Und das wird sich langsam nicht mehr halten. Also ich will da keinen Vorwurf sozusagen in den Raum stellen, weil ich weiß, jede Kritik in dieser Form ist einfach gefährlich, ist ein politisches Risiko. Man wird immer angefeindet, wenn man fehlende Strukturen und auch politische Probleme und strukturelle Probleme sozusagen aufzeigt. Aber man muss auch offen darüber sprechen, dass es so nicht weitergehen kann. Und dass hier die politischen Verantwortlichen einfach dafür gerade stehen sollten. Abgesehen davon, dass natürlich alle anderen Verantwortlichen eh zur Verantwortung gezogen werden sollten. Ottmar Karas, der erste Vizepräsident des EU-Parlaments, hat heute in der Pressestunde eben von der humanitären Katastrophe gesprochen. die politischen Sprengstoff beinhaltet. Worin könnte sich das zeigen? Ich habe nicht gesehen, die Pressestunde tut mir leid. Also ich kann jetzt nicht dazu sagen, was der Ottmar Karas gemeint hat. Ich wollte eigentlich dort anknüpfen, wo sie gesagt haben, man muss die Dinge ansprechen. Und ich glaube, die Europäische Union, um mal diese Dimension hineinzubringen, tut das auch. Ich habe mir in Vorbereitung der heutigen Sendung einmal angeschaut, den letzten sogenannten Fortschrittsbericht. Es gibt immer im Herbst die Berichte der Europäischen Kommission, die ja die Verhandlungen mit den verschiedenen Beitrittswerbern führt. Und da wird dann ganz genau sozusagen dargelegt, wo hapert es, wo hat man Fortschritte erzielt. Und das hat jetzt mit der Erdbebenkatastrophe nichts zu tun. Aber auch das ist jetzt Thema, denn auch das wird enthüllt und klar nach außen hin zum Ausdruck gebracht. Das sind die wirklich Defizite, die jetzt über viele Jahre gehen. Ich denke an Dinge wie die Istanbul-Konvention zum Schutz gegen häusliche Gewalt und zum Schutz von Frauen. Das ist eine Europaratskonvention, die heißt Istanbul-Konvention. Präsident Erdogan hat beschlossen, aus dieser Konvention wieder auszusteigen. Ein Schritt, den kein Mensch verstanden hat, ehrlich gesagt. Die Tatsache, dass wir in der Türkei politische Gefangene haben, man kann es nicht anders nennen, dass es Säuberungen gegeben hat, dass das Justizsystem zunehmend unter den Einfluss der Politik gerät. Auch hier, Erdogan zieht die Dinge an sich. Das Präsidialsystem, so wie er es konzipiert, holt die Verantwortungen, auch die Nationalbank in etwa, wenn wir von der wirtschaftlichen Seite reden. Also alle diese Maßnahmen, der Umgang mit der Opposition, der Umgang mit Minderheiten überhaupt, das sind Themen, die auch im Dialog mit Europa natürlich eine Rolle spielen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Europäische Union jetzt agieren wird, Hilfe auf verschiedenen Ebenen leistet. Und da werden sicher auch die Außenminister und die humanitären Unterstützer das Irrige leisten. Man sieht es ja, die einzelnen Länder machen es die Europäische Union, macht es koordiniert. Also das ist gut und richtig. Die Türkei ist für uns ein enorm wichtiger Partner. Die Türkei ist auf der Suche nach ihrer Großmachtsrolle. Außenpolitisch habe ich manchmal den Eindruck, man hat es mit einem Teenager zu tun. So schnell ändern sich auch die Stimmungen und die Beziehungen zu den unterschiedlichen Partnern, die es da gibt. Ich glaube, es wäre gut, hier mehr Stabilität hineinzubringen und zu schauen, was können wir wirklich realistisch miteinander anpacken. Sie haben die EU angesprochen, Sie kennen das Land natürlich auch deshalb gut, weil Sie als Außenministerin damals die EU-Beitrittsverhandlungen angefangen haben zu führen. Die sind auf Eis gelegt, jetzt schon seit einiger Zeit. Und da hat jetzt auch, das war jetzt vor einem Jahr, hat der Herr Weber, der Chef der EVP, gemeint, man sollte es überhaupt ganz abbrechen und nicht nur aufs Eis legen. Sehen Sie das auch so? Ich glaube, das ist ein Streit um das Kaisersbad, denn der Stillstand ist hier. Der Stillstand in diesen Verhandlungen, das war aber auch absehbar, weil ja auch auf türkischer Seite die entsprechenden Schritte fehlen. Und das belegt ja nur eigentlich den Punkt, den ich schon 2005 zu machen versucht habe, aber sehr wenig Unterstützung hatte. Man soll sich auf realistische Ziele konzentrieren. Man soll schauen, in einem guten Geist miteinander die großen anstehenden Probleme anzugehen. Und da gibt es sehr vieles, was man mit der Türkei und nur mit der Türkei als Europäische Union eigentlich machen kann. Denken wir auch an die Energiefrage. Denken wir an die geostrategische Rolle, die die Türkei spielt. Denken wir an die Situation jetzt im Überfall der Russen, Russlands auf die Ukraine. Die Bedeutung, da hat man auch wieder gesehen, welche Bedeutung geografisch und politisch die Türkei hat. Das Migrationsthema, es wurde erwähnt. Wie wird das weitergehen? Er hat jetzt, Erdogan hat seine Fühler ausgestreckt Richtung Syrien. Da hat es offenbar Gespräche in Moskau gegeben, soweit ich weiß, zwischen den Chefs der beiden Geheimdienste. Als nächste Etappe war schon geplant, dass sich die Außenminister treffen. Man wird sehen, was jetzt möglich ist. Das ist natürlich nicht ganz leicht. Ich wollte da gerade auch, es ist schon erwähnt worden, diese Flüchtlingsdebatte, das ist ja auch für Europa der ganz wichtige Punkt mit Erdogan. Deshalb ist ja vieles, was hier an Druck entstehen könnte, eigentlich dann nie in dieser Form auch umgesetzt worden, weil es ja diesen berühmten Deal gibt mit der Türkei, die dafür birgt, dass eben keine Flüchtlinge nach Europa kommen. Jetzt hat Erdogan vor der Wahl eigentlich ein zentrales Versprechen abgegeben. Er wird dafür sorgen, dass syrische Flüchtlinge aus der Türkei zurückkehren nach Syrien. Deshalb auch diese Gespräche, deshalb auch Angriffe, um hier Zonen zu schaffen, wo die hingehen können. Ich glaube, dieses Wahlversprechen wird er nicht halten können. Und das bringt ihn natürlich in eine ganz massiv problematische Situation. Und natürlich auch die Frage wird sein, entsteht wieder Migrationsdruck aus Syrien in Richtung Türkei? So verzweifelt, wie die Menschen dort sind, dass wenige, das sie hatten, also die meisten Häuser, die zerstört wurden im Nordwesten Syriens, sind entweder Häuser, die schon beschädigt waren oder schnell aufgezogene Häuser für intern Vertriebene. Eigentlich war die Grenze zur Türkei hermetisch abgeriegelt seit 2015. Ich frage mich, wenn es nicht rasch gelingt, dass hier gezielt geholfen wird, wird dieser Druck stärker. Also kommt Erdogan nicht nur in die Situation, dass er seinen Landsleuten erklären muss, die Syrer können nicht zurück. Das kann ich euch nicht versprechen. Wir da auch Probleme haben mit Europa. Also hier kommt in eine sehr wichtige Politikfrage um die Türkei jetzt sehr viel Bewegung. Und der kann die Rechnung nicht ohne Assad machen. Definitiv. Und es geht auch noch um andere Flüchtlinge. Also es geht nicht nur um die, es geht natürlich nicht nur um die Syrer, es geht um die Afghanen. Angeblich gibt es zweimal in der Woche Flüge nach Deheran, wo Afghanen ausgeschafft werden, aus der Türkei. Kann ich nicht überprüfen, habe ich irgendwo gelesen. Aber das sind so große Themen, die im Augenblick bearbeitet werden. Die Türkei ist NATO-Mitglied. Die Türkei liefert, hat eine sehr aufstrebende und bedeutende Waffenindustrie, liefert die begehrten Drohnen, Kampfdrohnen in die Ukraine, hat geholfen, den Getreideal zustande zu bringen überhaupt. Hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen. Ganz im Gegenteil, profitiert im Handel, in der Wirtschaft mit Russland enorm. Im Augenblick sehr viele Russen, die Russland verlassen kommen, in die Türkei, in Istanbul oder in den anderen Städten. Also da passieren viele Dinge nach allen Richtungen. Das östliche Mittelmeer dürfen wir nicht vergessen. Auch ein großes Thema für die Europäische Union. Also ja, da gibt es viel Arbeit, da gibt es auch viel Widersprüchliches. Die Blockade innerhalb der NATO zum Beispiel. Die Türkei ist ja alles andere als ein leichter NATO-Partner, will immer westliche Waffen, Waffen von den Amerikanern, kauft aber russische Systeme, blockiert jetzt gerade die Schweden bei ihrem NATO-Beitritt. Also alle diese Elemente spielen natürlich in der Gesamtbeurteilung eine wichtige Rolle für die Europäische Union. Und gleichzeitig muss man auch, glaube ich, dazu sagen, dass mit einem Erdogan auch ein EU-Beitritt nicht mehr möglich sein wird, so wie es ausschaut. Weil er ignoriert all die Urteile unserer Höchstgerichte. Demokratiepolitisch ist es einfach ein Skandal, die europäischen Grundwerte werden nicht eingehalten. Also man muss sich auch mit dieser Frage auseinandersetzen, wen wollen, was wir in der Türkei wollen wir haben. Weil Türkei bedeutet nicht Erdogan. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir die demokratischen Kräfte in der Türkei sozusagen unterstützen, weil wir ein modernes, europäisches und ein menschenwürdiges Politik sozusagen haben wollen in der Türkei. Da ist ja das Wort, das Sie verwenden, immer das Wort der Partnerschaft. Damals auch schon immer eine türkisch-europäische Gemeinschaft. Also EU-Beitritt, nein, Partnerschaft, ja. In einer Form. Kann man das so zusammenfassen? Ich glaube, dass das eine Möglichkeit wäre. Sie ist gescheitert damals und scheitert wahrscheinlich auch heute noch am türkischen Verständnis, was ein EU-Beitritt eigentlich bedeutet. Ich glaube, aus türkischer Sicht, zumindest ist mir das so vorgekommen, war es eine Frage der Ehre. Man sagt jetzt, wir treten der Europäischen Union bei und dann passiert das. So geht es aber nicht. Der Beitrittsprozess ist ein unglaublich komplexer Rechtsangleichungsprozess, wo man alle Regeln, die innerhalb der Europäischen Union halt gelten, übernehmen muss. Also das ist kein politischer Liebkind-Bewerb oder nicht eine Frage der Ehre, des Stolzes. Das ist es überhaupt nicht. Und daher habe ich versucht, das auf eine nüchternere Ebene zu bringen und zu sagen, schauen wir uns doch an die vielen Themen, die uns miteinander verbinden. Bauen wir aus dem ein Vertragswerk. Das wäre eigentlich sinnvoll. Es gibt ja jetzt Ansätze in der Europäischen Union, weil man auch versteht, wenn die Europäische Union die bleiben will, die sie ist, dann wird sie neue Formate schaffen müssen. Und da sehe ich schon einen Hoffnungsschimmer auch für die Türkei, auch für die Ukraine. Denn es wird nicht einfach gehen, alles oder nix, Beitritt oder gar nichts. Das kann es nicht sein. Die Ukraine und die Türkei gemeinsam machen bevölkerungsmäßig jedenfalls 120 Millionen Menschen aus. Also wir reden da von einer Dimension, die man sich auch auf der europäischen Seite einmal genauer anschauen muss. Herr Güner, wie bewerten Sie das jetzt am Schluss? Gesagte insgesamt, Erdogan hat 2021 eine Grundsatzrede, nämlich auch noch davon gesprochen, die türkische Nation will eine Zukunft gemeinsam mit Europa darum streiten, wir seit fast 60 Jahren zu dem Zeitpunkt damals für einen Beitritt zur Europäischen Union. Und wenn eben die EU das Versprechen nicht hält, so lange werden wir uns anderswo umsehen. Also wie bewerten Sie das Verhältnis, vielleicht jetzt zum Schluss auch noch gesagt, zu Europa und international? Naja, ich sehe die Schuld auf beiden Seiten. Es war die Europäische Union beziehungsweise viele Kräfte in der EU auch nicht wirklich, sagen wir, ernsthaft, wenn es um den Beitritt der Türkei ging. Und es hat gerade eben dieser fehlende EU-Anker auch dazu geführt, mit dazu geführt, dass die Türkei sich unter Tayyip Erdogan immer weiter entfernt hat. Wir sehen leider dasselbe Problem jetzt auf dem Westbalkan, wo diese Länder schon seit Ewigkeiten, mehr oder weniger gefühlter Ewigkeit in einem Warteraum zur EU warten, ausharren. Und wo wir sehen, dass sich langsam dort andere Kräfte, sprich Serbien mit Vucic zum Beispiel, durchsetzen, die in eine andere Richtung auch das Land führen können. Also die EU hat leider kein Format entwickeln können, ein außenpolitisches außer einen Beitritt anzubieten und will aber diesen auch nicht umsetzen mit vielen Ländern. Das heißt, es ist so eine ungelöste, vage Situation, gerade am Rand Europas, beziehungsweise sogar mitten in Europa mit den Balkanländern, wo die EU keine Antworten drauf hat und sie ist auch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das soll nicht die Verantwortung wegreden, die die türkische Regierung da mit dabei hat, die Schritt für Schritt Menschenrechte abgebaut hat, sich von diesem Demokratisierungsweg entfernt hat und immer autokratischer geworden ist. Wir sehen es aber, wie gesagt, leider auch in anderen Bereichen in und am Rande Europas. Auf jeden Fall, wie er das Krisenmanagement vorantreiben wird, wird darüber entscheiden, wie die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ausgehen werden, die im Mai stattfinden sollen, maximal einen Monat nach hinten verschoben werden können. Eine gute Meldung zum Schluss, eine sehr gute Meldung, die gerade gekommen ist, Einsatzkräfte aus El Salvador haben zusammen mit einheimischen Helfern im Süden der Türkei in der Provinz Karamanmarasch einen kleinen Buben und eine junge Frau lebend aus den Trümmern geborgen, sechs Tage nach dem verheerenden Beben. Sie wurden in das Krankenhaus eingeliefert. Ich danke meinen Gästen, dass sie zu dem Thema hier waren und nochmal Danke an Mertschern Falter. Ihnen zu Hause danke fürs Zusehen, reden Sie darüber und wenn Sie helfen wollen, das Leid der Überlebenden zu lindern, dann sehen Sie hier das Spendenkonto eingeblendet. Bis nächsten Sonntag, auf Wiedersehen. Bis nächsten Sonntag,